Guten Tag meine Damen und Herren, Herzlich Willkommen zu einer neuen FIFA Session mit Spritey Fox. Dein Dialekt ist ja schief jetzt. Ja, das sind schon kleine Provokationen. Ist nicht mehr wie GTA, GTA war kollegial. Ja, weisst du, ich bin gerne in meinem Dialekt verfallen. Jetzt haben wir gerade gehört, Schulti hat leider den falschen Dialekt verwischt, denn er ist ein Portugies heute, zusammen mit Markus. Ich und der Knot sind Deutsche. Gummy. Yes. Robber... Robbernax. Robbernax. Geht dir? Sardellians. Geile Grafikus. Da, 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 da. Also wie immer haben wir unsere Farben im Griff. Der Checo ist der blau. Der Knot ist der rot. Nein, das braucht sechs Leute, um die Fahnen festzuhalten. Ich bin der grüne, Schulti. Und der Markus ist Schwiemer, der Geil. Schütti. Ist ja riesig. Der hat immer die grüne Kappen an. Also, ich bin der blau. Robbernax. Robbernax. Robber, Robber, Robbernax. 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 So, so. Geht's heuer. Das ist auch nicht schlecht, oder? Oh, 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 oh. Der ist geil gewesen. So, so ist er noch passen. Der wäre runter. Ich hoffe, dass du das jetzt voll reinhaufst. Der Schulti ist viel wieder in bestformen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss mich Reusperren. Reusperren. Reus. Ich muss mich Reusperren. 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 Reus in Bern. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Schau, wir sind in den Bäumen. Ui, schön. Du bist doch verlässt. Ist das der Schwabensee? Schwabensee? Das ist der Schwabensee. Noch mal. Ui, ui. Ui, Lopjani. Willkommen, Nico. Golli. Tolli. Ui, Schitter. Nicht so umgezogen mit Deutschlands-Potokam. Schon mal gespielt. Nein, nicht. Ich komme durch Schulte in Erinnerung, dass er irgendwie diese Parodie vom W12 gemacht hat. Schon? Nein, das ist nicht in der Schweiz. Eieieiei. Gesoffen. In der WM wird zu viel gesoffen. Das ist das Problem. Dann löschst du immer Spiegel. Das ist Alkohol-Respie. Nur im Stadion. Wir müssen umstehen. Oh, Schönen. Noch mal. Nein, nein, scheisse. Oh, nein. Sorry, sorry. Ich habe gemeint, du kommst schön. Ja, aber du kannst wieder im Off sein gesucht. Ich bin schon schön cool. Bist du nicht cool? Nein, du bist nicht. Also nicht schön einfach. Unschön. Voll alles im Tür umgespritzt. Unschön. Drauf. Ah. Wenn das nicht der Backpage ist. Nie komme ich zum Abschluss. Ich habe wirklich ein Ejakulationsproblem in diesem Spiel. Erektionsprobleme. Ah. So, jetzt lebt der Fall. Das Rückwecken. Uh. Das ist fein. Lecker schon. Für den Sprinten. Ja, ich bin im Sprintmodus. Der El Manuel El Noyeros. Er ist einfach ein Wichser. Schmelzer. 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 Ich bin Gletscher. Was ist das für ein Idioten-Pass? Schön. Nein, nicht schlecht. Das ist ein schöner Gretti. 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 Das ist doch so ein Schnaps, oder? Klar, ja. Der ist ein Knopf für dich. Der, der nur zum Kochen kann spüren. Nein, schau. Wir müssen uns über die Töpeln lassen. Ja. Was scheisst das? Ich habe nur eine Töpeln. Nein, das ist offside shit. Oh. Es hat gerade vibriert. Nein, das wäre nicht einmal das Kugel gewesen. Das war schon offside. Ja. Wieso läuft der nach vorne? Ja. Ja. Nein. Ja, nein. Ich muss jetzt kommen. Vorwärts dran. Ach. Hast du das gemacht, oder? Ja, ich habe Druck zu vorne. Ja. 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 Oh, sorry. Ich wundere, was unser Dani da gewählt hat. Mensch! Nein! Nein! Ja! 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 Ja. Ja! Ja! Nein! Ja! Er hat den Neujahr schon im Halbfinal der Champions League gebümselt. Im Darm-Room. Im Darm-Room. Dark Room from the Darm-Room. Drauf. Die Deutschen sind wie Bayern. Wenn sie mal hinten drin sind, haben sie keine Chance. Man will sich in die Windeln machen. Rubberneck. Schabernack kommt von Rubberneck. Schabernack. Cool. Nein, das ist doch kein Job. Like a mousetrap. Das stimmt doch nicht. Vorher war es nicht auf der Seite. Wir haben auch die Halbzeit zu schlafen. Ja, das hat es. Schau doch zu, du Foulos. Der andere hat seine ganze Energie für 5-Match-Verbrauchte. Das ist doch gut. Komm, jetzt machen wir voll offensiv. Happy Neujahr. Happy Neujahr. Hey! Hey, ich habe nicht nachgeräten. Hast du auf die Kaste gestanden? Sicher. Das war eine Tätlichkeit. Eindeutig. Hey, hast du den Absatztrick gesehen? Was ist Absatzt? Was ist Absatztrick? Hey, ich habe nicht nachgeräten. Hey, ich habe nicht nachgeräten. Hey, ich habe nicht nachgeräten. Ganz klar. Hast du den Buben gesehen? Du schaust immer auf die Buben. Hast du den Buben gesehen? Hast du den jungen Herr gesehen? Nein, nein. Nein, nein, nein. Hast du den jungen Buben gesehen? Nein, nein, nein. Hast du die Seite? Ich habe eine schöne Richtung. Was? Wie? Ist das etwas falsch? Nein, du bist gut. Ah, du meinst du? Ja. Muito nervoso. Hast du die Kameras gesehen? Nein. Nein, nein. Das ist nicht ganz gut. Nein, wieso lebe ich immer genau am falschen? Das ist doch ein Fruscht. Mh. Mh. Nein, warum nicht am anderen? Lamm. 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 Das ist kein Lamm. Das ist ein Schafsäckchen. Philipp Schafsäckchen. Philipp, oder? Schafsfutz. Schafsfutz. Oh. Ich will eine Seite wechseln. Oh. Nein, was war das? So kommt Knoten. Bebe. Schönen Koli. Du trägst eine Chance. Mach heute ein Schafsäckchen. Schau. Schau. Ich spiele an. A kurbel. A jubelé. Es und Mösel. Er sagt Mösel. Aufsäckchen. Nein, 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 nein. Ist gut, ist gut, ist gut. Riesengranate. 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 Wie hat das Lied geheiss? Nani is back. Nani is here. Nana. Ah, komm. Auf sie. Hau rein! Weisst du was? Wir müssen den Kreis nutzen. Ja. Wir machen alles, aber... Nein. Scheiss! Ja, das ist überlegt. Schreien die auseinander. Ah, das ist doch... Wir machen uns ruhig. Komm, geh 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 geh. Nein! Schi, 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 schi. Das ist weg. Für den neuen roten Karten geben. Fatsenhof. Röpe Fatsenplatz. Das müssen wir immer so vulgär sein. Ah, schön. Vulvagär. Ja, der. Vulvagär. Ja, der. Vulvagär. Drüge Geiss. Eins. Eie! Spitzewinkel. Ja, ja. Verzweifle den Neuer hat kein Ohlig. Der hat kein Spielpraxis mehr. Der ist verletzt. Bei Bayern hat er eh nichts mehr zu tun. Das ganze Talent februar. Ja, das stimmt. Das ist immer so, wenn du in einer guten Mannschaft toll riecht. Uah! Die Idee ist gewisse. Leck den Goal, wenn wir wirklich auswecheln. Das ist ja so schlecht. Es ist ein Neuer, da musst du ein bisschen Geduld haben. Ah, das ist ein Neuer. Das ist ein Neuer. Ha! 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 Das ist ein richtig suhre Frustspiel. Nein, schau! Nein, nein! Jetzt bin ich auf die Tasten gekommen. Schau, danke. Es ist so, dass alle immer... Das sind Minimationen. Mit L1 kannst du so absetzen. Leck den Goal! Leck du nie! Schau dir an, da kommt man dir in den Zeug rum. Weisst du das? Schmelzer. Oh! Nein, all Goal-Sport-Scheife. Das sind die Gäste. Die Gäste, 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 die Gäste. Nein! Ist das gut? Ja. Ja. Ja, das ist so schön. Das Minimationen, wie... Ich meine, es schmeckt kalt. Es ist sehr schön. Schön! Soll ich es ja auch? Das ist so. What? Boateng! Boateng! Ja, das war's, ne? Geil, aber... Eiskalt, aber gleich! Mit Deutschen, du, ey! Graf! Fahr nach Hause! Fahr nach Hause! Ja, ich würde sagen, der mit dem grünen Liebchen da, der hat seinen Hauptabteil gehalten. Er schämt sich zurecht. Ich habe keine... Was? Was hast du später, Tani? Portugal! Yeah! Schön zu sehen! Also! Schade gewesen, bis zum nächsten Mal! Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Warum? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.